Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency-Video. Ihr hört auf an dem Kanal und ja Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir sind natürlich noch immer mitten in der Altcoin-Season. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass die Altcoin-Season begonnen hat und das Ganze bewahrheitet sich momentan auf jeden Fall, was das jetzt für euch bedeutet und wie man so ein bisschen in der Altcoin-Season gucken kann, dass man seine Bitcoin vermehrt. Darum geht es heute so ein bisschen im Video. Ansonsten gehen wir natürlich auch noch auf eine sehr, sehr gute positive News ein und schauen uns nochmal so ein bisschen die Google-Trends an, wie sich das momentan so ein bisschen verhält. Strömen jetzt tatsächlich endlich neue Leute in den Markt rein oder was heißt endlich? Strömen jetzt neue Leute in den Markt rein oder ist das ganze Price-Movement immer noch verursacht von Leuten, die bereits im Kryptomarkt drin waren? Ja Leute, bevor wir jetzt auf diese Themen zu sprechen kommen, mache ich natürlich als allererstes mal ein 50-Dollar-Bitcoin-Giveway. Das 50-Dollar-Bitcoin-Giveway mache ich jeden Tag für alle neuen Leute. Das heißt, falls ihr daran teilnehmen wollt, abonniert einfach mal diesen Kanal und aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr keine Videos mehr verpasst und schreibt mir natürlich gerne mal einen Kommentar, mit eurer Bitcoin-Adresse und eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Ja Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt mal her, los mal den Gewinner vom gestrigen Video auf, let's go. Schauen wir doch mal, wie viele Kommentare haben wir. 530 Kommentare, nicht schlecht. Und dann gucken wir doch mal, wer hier der glückliche Gewinner ist. Es ist der liebe DerFilm-Nerd. Und was heißt das jetzt korrekt? Jetzt Ethereum kaufen? Gut, du hast jetzt leider deine Bitcoin-Adresse gar nicht zu deinem Kommentar hinzugefügt. Das heißt, ich werde deine 50 Dollar einfach im nächsten Video vor Giveaway. Das heißt, der Gewinner im nächsten Video bekommt dann einfach 100 Dollar. Das heißt, viel Glück unter diesem Video. Gibt es auf jeden Fall sogar 100 Dollar jetzt zu gewinnen. Ja, hättest du nach meinem gestrigen Video Ethereum gekauft, dann hättest du auf jeden Fall einen guten Gain mitgenommen. Für alle Leute, die by the way auch in meiner Signalgruppe drin sind, die sind natürlich alle ziemlich froh. Da kam nämlich das Signal, wo ist es hier? Da kam das Signal, dass man bei 215 Dollar Ethereum kaufen soll. Und Ethereum war ja jetzt zwischenzeitlich bei 270 Dollar sogar. Das heißt, mit einem Fünferhebel oder so konnte man da auf BitMEX einen sehr, sehr schönen Trade machen. Ich persönlich bin ja tatsächlich auch long gegangen. Leider ein bisschen spät, weil ich da bereits gepennt hatte. Ist natürlich ein bisschen früh, wenn man tradet. Aber naja, ist ja auch egal. Da war ich auf jeden Fall schon am Schlafen, war schon müde. Das heißt, ich bin erst später eingestiegen. Trotzdem ist mein Ethereum Trade jetzt hier auch 250% im Profit. Ich bin natürlich auch mit einem riskanteren Hebel reingegangen. Aber diese Position werde ich auf jeden Fall noch im Moment offen halten. Denn dieser Abtrend scheint ja noch intakt zu sein. Auch wenn wir hier diesen kleinen Rücksetzer jetzt hatten. Ansonsten, was tut Bitcoin gerade? Bitcoin momentan natürlich immer noch im Sideways Movement. Ich hatte es ja in den letzten Tagen so ein bisschen angesprochen. Dass sich Bitcoin immer noch hier in einem etwas größeren Bull Flag befindet. Das heißt, es ist natürlich auch sehr vergleichbar mit der Altcoin Season. In der Altcoin Season wisst ihr ganz genau, die ganzen alternativen Coins neben Bitcoin, sage ich jetzt mal, traden oder sage ich jetzt mal, machen einen höheren prozentualen Anstieg als Bitcoin. Das heißt, in der Zeit, nachdem Bitcoin so einen starken Anstieg hatte, beginnt meistens eine Altcoin Season. Können wir natürlich auch sehr, sehr schön an der Bitcoin Dominanz sehen. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, seht ihr immer, Bitcoin, richtig, richtig starker Dominanzanstieg. Und irgendwann geht es dann rasch hinunter. Ich glaube nicht, dass wir so einen starken Rücksetzer haben werden, diese Altcoins. Die sind einfach aus dem Grund, weil letztes Jahr da natürlich die ICOs mit reingespielt haben. Das heißt, die Others sozusagen, da wurde natürlich extrem, extrem viel Geld in ICOs gepumpt und sowas. Das heißt, das werden wir dieses Jahr, denke ich, nicht haben. Jetzt im Q1 2019 haben ICOs, glaube ich, gerade mal 40 Millionen oder sowas geraced. Was, glaube ich, ich glaube, Q1 2018 waren es irgendwie 2,2 Milliarden oder so. Also ist es an sich ein Witz dagegen. Das heißt, das werden wir natürlich nicht sehen. Ich könnte mir trotzdem sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die Bitcoin Dominanz auf jeden Fall noch mal unter 50 Prozent sehen werden in der Altcoin Season. Ansonsten, was bedeutet das jetzt für euch? Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie aktiv traden wollt, ist das natürlich sehr, sehr positiv. Die Altcoins machen natürlich prozentual meistens deutlich stärkere Moves auch noch mal als Bitcoin. Das heißt, da kann man natürlich mit einem Hebel sehr, sehr krasse Trades abschließen. Ist natürlich auch ein bisschen risky. Wie gesagt, falls ihr euch für dieses ganze Trading-Thema interessiert. Unter diesem Video hier auch findet ihr einen Bitmax-Link. Bei Bitmax registrieren und Fees sparen. Klickt da einfach mal drauf, registriert euch einfach mal bei Bitmax. Bitmax werdet ihr sowieso im nächsten oder jetzt im Bullenmarkt sowieso öfters mal hören und, denke ich mal, auch verwenden. Das heißt, wenn ihr euch hier mit meinem Affiliate-Link in der Videobeschreibung registriert, unterstützt ihr natürlich diesen Kanal und ihr spart euch einiges an Trading-Gebühren in den ersten sechs Monaten, wenn ihr euch mit meinem Affiliate-Link registriert. Und ihr findet dann auch auf meinem Kanal oder hier in der Videobeschreibung, hier ist ein Bitmax-Tutorial, wie man das Ganze macht. Aber ich würde euch einfach empfehlen, mal auf meinen Kanal zu gehen und euch hier diese zwei Videos anzuschauen. Also einmal Bitmax, gut oder schlecht für Anfänger. Da erzähle ich, oder da erkläre ich so ein bisschen, wie man auch als Anfänger bei Bitmax traden kann, wie man mit einem relativ geringen Risiko da auch eine Position eröffnen kann, wie ich das Ganze am Anfang gemacht habe. Das heißt, schaut euch das auf jeden Fall mal an und natürlich das Tutorial, dann wisst ihr ganz genau, was abgeht. Und ich habe extrem, extrem viele Fragen bekommen. Wie komme ich in die Signalgruppe? Weil da wurde zum Beispiel der XRP-Pump gecalled, der Ethereum-Pump wurde jetzt gecalled, die ganzen, dann gab es einen zum Beispiel hier, ich bin natürlich ehrlich mit euch, es gab zum Beispiel hier auch irgendwo mal einen, wo ist es, es gab irgendwo mal einen Bitcoin-Trade, der tatsächlich den Stop-Loss gehittet hat. Aber ihr kriegt hier wirklich ganz genaue Angaben. Wenn ihr das Video hier geschaut habt, dann wisst ihr sowieso, wie das hier alles funktioniert. Und bis jetzt haben wir wirklich drei von vier Bitcoin-Trades sind reingegangen, drei von vier Bitcoin-Hebel-Trades, das heißt einer nicht. Und Ethereum und Ripple sind natürlich jetzt auch komplett reingegangen, richtig, richtig schön. Und falls euch dafür interessiert, die Signale kommen nicht von mir, sondern von Bitlord, vielleicht kennt ihr der ein oder andere von euch, einer der bekanntesten Trader auf Twitter eigentlich im Cryptospace. Wenn ihr euch dafür interessiert, hier unter diesem Video, das heißt, wie man Bitcoin mit Hebel findet, findet ihr hier Signalgruppe-Tutorial-Video, da findet ihr dieses Video und da erfahrt ihr, wie ihr beitreten könnt. Aber jetzt genug davon, wir wollen jetzt natürlich erstmal aufs Videothema zu sprechen kommen. So, was können wir jetzt erwarten? Was passiert in der Altcoin-Season? Ganz klare Geschichte. Meistens hat Bitcoin erstmal ein bisschen ein Sideways-Movement, das heißt, Bitcoin erholt sich erstmal ein bisschen von seinem starken Anstieg. Wir bilden natürlich auch momentan, morgen gibt es wieder ein bisschen Chart-Analyse, eine etwas bearische Divergenz. Das heißt, die RSI geht momentan, fällt momentan ab, während Bitcoin noch weiter steigt. Das heißt eigentlich, dass sich der Trend etwas abschwächt. Das heißt, der Anstieg wird immer schwächer momentan von Bitcoin. Das Ganze ist aber nicht allzu schlimm. Ich erwarte immer noch momentan, weil wir hier momentan eine relativ große Bull-Flag eigentlich bilden, natürlich mit viel Volatilität. Davon darf man sich jetzt nicht allzu sehr abschrecken lassen. Wir bilden hier momentan trotzdem noch eine sehr schöne Bull-Flag. Und der Abtrend ist momentan auf jeden Fall noch intakt. Das heißt, ich erwarte eigentlich in den nächsten Tagen einen Breakout nach oben. Da wäre dann das nächste Target ungefähr 9200 Dollar. Wenn wir die 8600 Dollar durchbrechen, wäre dann das nächste Target so 9200 Dollar. Muss man natürlich einfach mal schauen, wenn es zu dem Szenario kommen sollte, dass diese Bull-Flag hier oder dass der Abtrend nicht mehr haltbar ist, dass die Bären wieder zu stark werden. Dann lade ich direkt natürlich ein Video hoch. Ich habe aber auch schon in den letzten Videos ab und zu mal angesprochen, was ich dann erwarte, sollten wir hier aus dieser Bull-Flag nicht nach oben ausbrechen. Ich sehe aber wie gesagt momentan die Wahrscheinlichkeit immer noch deutlich, deutlich höher, dass wir diese Bull-Flag nach oben, also klar, dass wir nach oben ausbrechen oder einfach nur noch ein paar Tage Sideways-Movement haben und dann nach oben ausbrechen. So, was passiert jetzt wie gesagt in dieser Zeit, wo Bitcoin so Sideways tradet? Wir haben es alle gesehen. Geld fließt natürlich von Bitcoin in die Altcoins. Nachdem Bitcoin so stark angestiegen ist, es ist einfach ein Cycle. Ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, klar, das kann man natürlich bestreiten. Aber das ist einfach ein Cycle, der ist von Anfang an beim Kryptomarkt mit drin und das wird auch immer so sein, weil sich alle Leute daran halten, in Anführungszeichen. Bitcoin, dann fließt erstmal ein bisschen Geld in die großen, in die High-Cap-Coins. Das heißt in Ethereum, in EOS, in wo auch immer, in Stellar zum Beispiel. Dann sehen wir natürlich sehr, sehr starke Anstiege gegenüber dem Bitcoin, auch bei den Altcoins. Da kann man dann natürlich seine Bitcoin direkt mal vermehren, ja. Dann, was passiert dann? Die Shitcoins. Shitcoins pumpen auch in jedem Bullenmarkt. Wieso ist das so? Macht nicht allzu viel Sinn, aber die Leute, die haben gute Gains gemacht mit Bitcoin, machen dann nochmal gute Gains zum größten Teil mit den großen Altcoins und dann haben sie einfach auf einmal ein bisschen Spielgeld übrig und damit ballern sie dann in die Shitcoins rein und dann pumpen die Shitcoins auch noch nach oben, ja. Man muss natürlich gute Einstiege und Ausstiegspunkte sind natürlich enorm wichtig. Aber, was man natürlich machen kann, ist sich einfach so ein bisschen an eine grobe Richtlinie halten. Wenn die, zum Beispiel jetzt gestern nach meinem Video, wo ich das, nachdem ich das Video hochgeladen habe, zum Beispiel jetzt, die Altcoin-Season hat begonnen sozusagen, kann man natürlich hergehen und anfangen, ein bisschen was in Ethereum, in die großen Altcoins zu tun und dann könnte man heute zum Beispiel anfangen und einfach seine Stop-Losses, das heißt Verkaufs-Orders, ja, auf den ganzen Exchanges hochzuziehen, so dass, sollten die Altcoins runterfallen, man immer in Bitcoin-Profit verkauft, ja. So kann man sich dann instant absichern, so kann man nicht mehr Minus machen, so macht man auf jeden Fall Bitcoin-Plus, ja, in der Altcoin-Season in Anführungszeichen. Und alles, was man dann plus hat, das verteilt man dann wieder ein bisschen was in Bitcoin, macht vielleicht ein paar Hebel-Trades auf Bitmax und was man dann natürlich noch macht, viele gehen dann natürlich in den ein oder anderen Low-Cap-Coin, ja, das heißt Coins, die eine Market-Kapitalisierung von vielleicht 10 Millionen oder sowas haben, weil da ist natürlich die Möglichkeit da, dass die zum Beispiel ein 100x oder sowas hinlegen, ja, das ist ganz klar, da ist die Möglichkeit da, dass die ein 100x hinlegen. Da muss man sich dann halt einfach kleinere Projekte anschauen, sich ein bisschen mit denen beschäftigen. Einer meiner Favoriten, ich kann es euch einfach mal sagen, ist zum Beispiel DApps, ja, DApps performt momentan eigentlich ziemlich, ziemlich gut, seitdem es wieder hochgeht, also das hat auch gar nicht so in der Altcoin-Season, das ist relativ stark mit Bitcoin eigentlich mitgezogen, ist jetzt auch bei 65% ROI, das heißt, DApps ist ein interessantes Projekt, könnt ihr euch mal mit beschäftigen. Habe ich auch schon mal vor, ich glaube, einem Jahr mittlerweile fast ein Video zu gemacht, zu DApps, aber, ja, mal schauen, was daraus wird. Ist super risky, hier reinzugehen, ne, ist ein Low-Cap-Coin, aber das sind so Sachen, die dann meistens am Ende oder so ein paar Wochen vor Ende der Altcoin-Season dann pumpen, ja, und dann, klar, fließt das Geld natürlich wieder zurück in Bitcoin, die ganzen Profite, manche Leute gehen aus den kleinen Shitcoins nicht raus, die werden dann natürlich gerackt, aber ansonsten fließt das Geld dann wieder in Bitcoin und dann startet der nächste Bitcoin-Pump und das ist eigentlich so ein Cycle, den man immer, immer wieder im Bullenmarkt hat, oder was heißt immer, immer wieder, aber den man 1-2 Mal meistens im Bullenmarkt sieht. Ansonsten wollen wir das auch nochmal ganz gut sehen können, die Bitcoin-Suchanfragen bei Google steigen stetig noch ein bisschen an, ihr seht es auch schon, ist wieder mal 1% in etwa dazugekommen, sind jetzt von 25 auf 26 gegangen, liegt natürlich daran, meistens ist das Ganze ein bisschen verzögert, das heißt, meistens bekommen die Leute gar nicht so direkt mit, dass Bitcoin wieder hochgegangen ist, so das merke ich, habe ich euch auch in den letzten Videos gesagt, merke ich auch in meinem Freundeskreis, die meisten Leute wussten gar nicht, dass Bitcoin wieder richtig, richtig krass nach oben gegangen ist, sondern die finden das jetzt gerade erst alle wieder heraus, wo so der ein oder andere Artikel, wo es alles so ein bisschen durchsickert, so aus der Crypto-Community Public sickert das erst langsam durch und deshalb sind wir natürlich momentan vom, sag ich jetzt mal, von der großen FOMO, es gab ein bisschen FOMO jetzt von den Leuten, die bereits im Crypto-Space drin sind, aber andere Leute großartig sind noch nicht in den Markt reingeformoet, die wissen zum größten Teil gar nicht, dass Bitcoin wieder angestiegen ist. Dasselbe gilt natürlich für Altcoins, Altcoins natürlich noch beim Extrem, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Altcoins sind gerade mal bei 11% der Suchanfragen des All-Time-Highs in der letzten Altcoins-Season. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wenn das Interesse an Altcoins wieder ums Zehnfache steigt, diesen Bullenmarkt dann, dann ist natürlich die Altcoins-Season richtig im Gang, dann gibt es wieder 100% Moves an einem Tag bei manchen Altcoins usw. Dann eskaliert es natürlich richtig, das heißt momentan, wie ich auch schon gestern im Video gesagt habe, stehen wir noch am Anfang der Altcoins-Season, keine Frage, das ist, sage ich jetzt mal noch nicht, das ist jetzt noch nicht die große Altcoins-Season, das ist gerade nur ein kleinerer Start und vor allen Dingen kann der auch noch mal ein bisschen verzögert werden, dieser große Start, wenn Bitcoin jetzt noch mal nach oben ausbricht und so und dann natürlich die Altcoins erst noch mal hinter sich lässt, weil wenn Bitcoin dann erst mal pumpt, dann pumpt es natürlich richtig und deshalb könnte sich diese ganz große Altcoins-Season natürlich noch mal um einiges verzögern. Bei Ripple, Leute, wollte ich auch noch mal ganz kurz eingehen, gab es leider einen kleinen Fail bei mir zumindest, war jetzt kein wirklicher Fail, aber naja, und zwar gab es hier vorhin einfach mal heute Morgen, heute Mittag besser gesagt, diesen richtig, richtig starken Dump, viele von euch, die vielleicht getradet haben, sind davon auch betroffen. Ich hatte zum Glück einen Stop-Loss, das heißt, meine Position wurde im Profit gestoppt, also meine Ripple-Position wurde im Profit geschlossen und ich habe mich dann dazu entschieden, hier unten nochmal eine neue, mit einem Teil zumindest von dem, was ich an Profiten hatte und natürlich von dem, was ich als alte Margin hatte, habe ich mich dazu entschieden, hier dann nochmal eine neue Ripple-Long-Position zu öffnen. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das eine gute Entscheidung war. Wie ihr sehen könnt, ich habe den Stop-Loss ganz, ganz dicht darunter gesetzt, aber bis jetzt sieht es ja nicht allzu schlecht aus. Die Ripple-Position ist 40% schon wieder im Profit, aber das heißt natürlich jetzt noch nichts. Da kommt es auch so ein bisschen drauf an, weil hier tradet man ja das Ripple-Bitcoin-Pair, was Bitcoin jetzt macht, aber der hat ja auch gerade hier seinen kleinen Rücksetzer nochmal gehabt, hier in diesem Sideways-Movement und erholt sich davon jetzt auch gerade wieder ganz gut. Bin ich mal gespannt, wo das jetzt in den nächsten Stunden hinführt. Heute könnte auf jeden Fall ein sehr spannender Tag werden. Dasselbe gilt natürlich für Ethereum. Ethereum muss man wirklich sagen, wir haben hier immer noch diesen kleinen Abtrend, der gehalten hat. Das heißt, mein Stop-Loss wird hier nicht getriggert, ansonsten wäre ich natürlich auch im Profit gewesen, aber momentan ist meine Ethereum-Position auch mit einem halben Bitcoin im Profit, was nicht schlecht ist. Alle Leute, die bei der Signalgruppe irgendwie hier bei 215 Dollar long gegangen sind, und klar, die sind natürlich hier nochmal mit ganz anderen Zahlen im Profit. Aber naja Leute, ich wollte noch auf eine einzige News-Schnell eingeben, Huobi lounges OTC-Desk for Institutional Investors, was sehr, sehr interessant ist. OTC, wisst ihr ganz genau, over the counter, kaufen natürlich große Institutionen ein, einfach aus dem Grund, weil wenn die über Börsen kaufen, naja, was will man da tun, da pumpt man dann den Preis hoch und runter ohne Ende, das funktioniert natürlich nicht so gut. Die großen Exchanges, Binance, Huobi, auch zum Beispiel Genesis-Mining und sowas, das sind zum größten Teil die großen Anlaufpunkte für institutionelle Investoren, um Bitcoin zu kaufen, weil natürlich so Exchanges, Binance und so weiter und so riesige Mengen an Bitcoin und so weiter und so fort hat, weil sie da natürlich ihre Gebühren von nehmen beim Exchange. Und Binance und so müssen natürlich aber die Kosten stemmen, ihre Mitarbeiterkosten, die werden zum Teil tatsächlich in Bitcoin bezahlt, aber viele von denen wollen natürlich auch in normalem Fiat Geld bezahlt werden und auf Nummer sicher gehen. Und dadurch muss natürlich auch eine ganze Menge Bitcoin immer ausgecashed werden, das will niemand natürlich über die Exchanges machen, da wird man den Preis total nach unten drücken oder wenn man groß einkauft, den Preis nach oben pumpen, da wird es dann immer hoch und runter geisteskrank, wäre nicht so cool, muss man einfach sagen. Und deshalb haben die meisten Exchanges oder Launchen die jetzt gerade nach und nach, Binance hat es mittlerweile auch, Genesis war so einer der ersten, muss man einfach sagen, dass natürlich da sehr, sehr nice dann OTC gekauft werden kann für institutionelle Investoren und da jetzt auch sehr, sehr große Leute natürlich über die Exchanges OTC wirklich einsteigen können. Das heißt, wir kriegen auch immer mehr, oder die Big Player kriegen immer mehr die Möglichkeit, auch wirklich einzusteigen, denn ihr wisst selber, OTC findet man gerade keine Verkäufer, nur Käufer und da sind natürlich Exchanges in Anführungszeichen kein gefundenes Fressen, aber bieten natürlich die Möglichkeit für große Institutionen auch hier in Bitcoin dann einzusteigen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig wird, später zum Beispiel mit den Backed Futures, die natürlich dann von Bitcoin gedeckt sein müssen, das heißt, da müssen natürlich vielleicht sehr, sehr große Mengen an Bitcoin angekauft werden. Das funktioniert natürlich nicht so gut über die Exchanges an sich, sondern das muss dann OTC von den Exchanges erledigt werden. Na Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu aktivieren, kommentiert mir eure Bitcoin-Adresse und eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare und wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall diese zwei Videos hier mal an, dann wisst ihr ganz genau, was auf BitMEX und sowas abgeht und wie ich zum Beispiel auch es geschafft habe, ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal bei Kryptowährungen, sage ich jetzt mal, gestartet bin, wie ich es da geschafft habe, auch aus kleineren Beträgen, sage ich jetzt mal, beachtliche Positionen in meinem Kryptoportfolio aufzubauen. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns tatsächlich morgen wieder. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten viel Glück an den Gewinner. Heute gibt es ja tatsächlich 100 Dollar zu gewinnen und dann würde ich sagen, sehen wir uns, Leute, haut da rein, ciao, ciao.